Ich hab nur so'n Retriever und in der Wohnung und ich bist doch gar nicht mit meinem Zeug, ich hab ja auch sehr viel, also nisch gegen den Hund, das sind die mit hier, aber na, mal schauen, wo das wird. Ja, es ist halt, im anderen ist es halt, jeder ist schon geformt sozusagen, jeder hat seine Vorstellungen. Naja, und jede Liebe ist auch anders, das ist einfach so. Zusammenziehen können wir immer noch, ist ja auch nicht aus der Welt, aber man muss nicht gleich so alles. Wo ist ja Mr. X-Box? Naja, wo ist denn der? Keine Ahnung. Ah, ah, ist ein Schlüpperwaschen, wahrscheinlich hat sich eingekackt. Letztens war ich aber in deine Richtung gewesen, Halle. Aha, okay. Schon wieder... Wir müssen da lang. Wir müssen ein bisschen her. Kannst du den Eiermann? Da hab ich mal den Eiermann gesehen. Was ist ein Eiermann? Das ist jemand, der so'n Gestell auf dem Kopf trägt. Achso. Da sind Eier drauf. Okay. Blöde Clou. Aber du willst ein bisschen weiter entfernen von Halle, ne? Ja, 20 Minuten. Boah, ey, Giraffen, das ist nicht mehr normal, aber... In Teutschendorfer haben wir gewesen. Also da wohnt die Beste von meiner. Und der hat gesagt, Teutschendorfer, Teutschental. Teutschental, ja. Oh, wir müssen da in eine Richtung. C und A, also Osten irgendwie. Okay. Äh, Pascal hat heute keine Lust mehr, wie's aussieht. Aber wahrscheinlich sauer, weil er nur einen Kill gemacht hat. Ey, er wird beschossen. Ah, ne. Oder? Schießt er. Passe. Pascal läuft. Und schießt, glaub ich. Wär nicht schlecht, wenn er mit uns sprechen würde. Das wir mal... Das ist bestimmt sauer, weil er eben letzte Runde so wenig abkassiert hat. Ja, glaub ich auch. Habt ihr überhaupt einen Kill gemacht, letzte Runde? Ja, ich weiß nicht. Mit Ach und Krach, wahrscheinlich. Ehen. Mit Ach und Krach. Vielleicht Ach und Krach. Ja, siehst du da. So lockst du da aus der Reserve. Es spricht wieder mit uns. Ja, vielleicht Ach und Krach. Ach, ne. Ach, Mann, ne. Aber ich dachte schon, du wurdest beschossen dahin. Mann. Wurde abgenommen. Okay. Ab nach Nickels. Oh, hier ist ein Pört. Nekromant. Das ist gut. Ja, den habe ich, glaub ich, schon. Ja, habe ich. Dann sollte ich den Pascal hochnehmen. Ja. Lass ihn erstmal die Fliegenschlamme da oben umbringen. Wo wollen wir jetzt hin? Was soll es auch kosten? Na, hier Richtung Nickels. Ja, den Clou holen. Und da sind hier nicht auch, glaube ich, welche. Nickels ist das Gefängnis, hau? Mhm. Und da sind die Fliegenschlamme da oben. Bin die Run. Mhm. So. Müssten wir jetzt zusammenbleiben? Mhm, ich bin schon hinter dir. Ein paar Meter hinweg, aber in deine Richtung. Warte mal. Da ist einer. Super, den hast du. Geil. Ich glaube sogar zwei Stück. Der hat da eine Falle hin geboren und ich schieße da drauf. Ja, leider der andere war ein Zombie, aber einer habe ich getötet. Einer ist noch. Mindestens, leider. Wo ist der? Der lebt noch. Ich habe ihn leider nur gemestert, aber er lebt noch in dem Haus. Schrotflinte mit Blutung. Der muss sich heilen. Ich habe ihn gestochen. Nein. Ich habe dir gesagt, dreimal. Die Trallscheiß Bornheim, Mann. Die Schüsse waren so schnell weg. Zweimal habe ich, glaube ich, getroffen, dem Hund. Ja, du kannst ihn eigentlich, bevor der sich wieder heilt. Dann hat er wieder wahrscheinlich. Achtung, er kommt. Er kommt. Ach, das bin ich. Ja. Ja, und oh ja. Aber wie lange ging der Fight denn jetzt? Alter, was war das? Heile dich, heile dich. Heile dich, Korsten, heile dich. Wo ist der denn? Das gibt es doch gar nicht. Unten, unten, rechts. Geißer. Kann ich auch noch. Ja, lösche dich, lösche dich. Kein Stress, kein Stress. Wer will den wiederbeleben, glaube ich? Hier ist der andere Knall aufgenommen. Ja, ich habe es gesehen, aber gar nicht so schlecht. Ist hier nicht nur einer? Einer war nur noch, ja. Mit wem hast du denn gefeiert? Unten war noch so eine Schwester irgendwas. Glaube ich. Die lief hier rum. Wo sind die hin? Hier, glutet den mal, dann können wir den verbrennen. Okay. Ich raff hier gar nichts mehr. Der ganze Kampf war echt komisch. Hast du looted? Oh Gott. Da ist einer. Okay, verbrenne ich. Hier außerhalb ist einer. Hat Fächern gehabt? Schau mal, der Karsten räumt auf. Geiler. Karsten, geiler Typ. Ich könnte looten. Ich könnte looten. Ich fär zu hoch vor mir auf. Warte, Mike, mach den fertig. Ich mach, kill den. Wo ist denn der? Bei dir? Er ist bei mir. Warte, komme. Warte, ich trick dich aus, Junge. Und steche seine Drecksmaten ab. Komm her, du Fie. Das gefällt doch nicht. Karsten, entlass den Karsten. Wie reißt der Kollege? Bleifuß? Ich freue, wie er wieder meckert. Was macht ihr? Ich mach's. Was hab ich denn jetzt gemacht? Lass ihn looten. Nö, ich hab ja keinen gekillt. Aber, ähm. Aber wo ist denn der Dritte? Draußen? Ich nehm's trotzdem dankbar an. Was hat er für eine Pistole gehabt? Er hat hier ne Schrotflinte. Gute? Nein. Na, die soll. Normal, die sind ja alle eigentlich gut. Hast du den hier gelootet, hier? Achso, nö, ich dachte ihr. Ne, looten mal, ich hab gar ja. Okay. Ich will keinen. Ich geh in den Rennen und mach den. Ach nee, die Spinne. Naja, kann nix hoch machen. Das hier. Die Spinne ist komplett längst tot. Achso. Das ist geil. Wollen wir rüber zum anderen Boss oder wollen wir abholen? Nach rüber, oder? Ja. Ja. Kindle ist Survivor. Ja. Aber, ach Gott, kommen wir ja hin. Da haben wir noch ein Munizkönchen. Oh, alle laufen. Karsten, was war das? Der Falle. Eui, eui. Ach, wenn man schnell reagiert, ist das nicht so schlimm. Okay. So, ich lauf da mal rüber, ne? Ich sollte nicht alleine laufen, weil ich... Brauchst du noch Heilung? Naja, wenn wir Richtung Aden gehen, ne? Das ist ein Zwiewagen. Okay. Ja, wir müssen ein bisschen zusammenbleiben. Ja. Das ist schön, wie du das machst. Ja. Ich bin halt nur noch hinter von euch. Okay. 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 Ah, Muniz, Junge. Neun Schuss. Hier, bevor du weiter plötzlich in der Gegend rumrennst. Oh, Bienen. Bienen. Doch, nicht. Sind verbrannt. Dann habe ich getötet. Sehr gut. Oh, da hinten. Da war es rum. Ach so. Ich habe kein geschultes Ohr. So, gehen wir zu Lawson? Ja. Ne. Nicht? Wohin dann? Wir laufen dann vorbei. Okay. Doch, klar. Ihr müsstet dann aufnehmen, ne? Wir müssen dann aufnehmen. Was aufnehmen? Den Clou. Ich denke, aber wir at Goddard sein oder sowas, da haben wir nämlich geballert. Ich habe noch fünf Sekunden. Knobblink. Wie Sekunden hast du noch? Ich sehe nichts. Drei Sekunden. Ah, dann nimmst du. Ich schau euch mal. Ich schau euch mal. War das schon immer so, dass du dann was, wenn du Clou aufgehoben hast? Ja. Ne, was heißt immer, ich bin schon länger drin. Okay. Immer noch gar nicht. Hier hin, erst mal. Ja, dann mach's mal. Hier, kannst du aufnehmen. Nehme auf. Achso, ja, stimmt. Nur aufnehmen. Ich nehme. Ich nehme. Da schau mal. Da schau mal. Jetzt wollen wir gucken, wo der nächste ist. Okay, dann gehen wir zum Landshut, ne? Ja, das ist richtig. Da haben wir jetzt noch gucken, wen spieler. Ja. Gleichzeitig am besten. Ob es jetzt ganz schön ruhig ist, die ganze Strecke hier. Guck mal hier hinter, ob du da schon was siehst. Ja. Da hinten. Okay. Direkt im... Also es war ein ganzer Klumpen. Ich weiß nicht, ob es zwei waren oder drei gestapelt. Ich guck nochmal. Zwei Stück sehe ich. Unten. Hier hier drin. Da drin, ja. Also zwei Stück hier im Hof. Ob die hier irgendwo sind, ich weiß nicht. Achtung. Kopf weg. Ich habe ihn, glaube ich, getradet. Ich könnte mich wieder beleben. Er hat mir und ich habe ihn. Ich war einer von beiden. Ich habe 75 Leben. Okay. Ich guck nochmal. Einer nur auf der hinten in der Hütte. Oder im weißen Haus. Eins von beiden. Ich guck außen. Ich schwerfe jetzt hier so eine komische... Blitzbomber. Weggucken. Ich guck nochmal. Der ist da. Der ist hinter der Mauer. Ja, wir müssen ihn verbrennen. Der wurde wiederbelebt. Der andere. Warte mal, ich kann nicht aufheben. Da brauchen wir eigentlich nur einen hinterher. Er hat einen, der das wahrste kriegt. Hier, den Loot immer. Er klebt eine Rauchgranate vor. Und hebe dich auf. Okay. Wer kann's? Doch, doch. Gut. Gib dir mal ein bisschen Gummi und Feuer und dann... Ich mache ihn zurück. Drei, zwei, eins. Jetzt. Geil, danke, Karsten. Bitte. Bitte. Nee, den müssen wir in jeden Fall brennen hier. Ne, Feuer? Nee. Hier. Hast du Feuer? Was? Ui, na. Na, lass uns erst looten. Dann loote den. Wir gucken mal Feuer. Der ist auf 210. Wir müssen uns immer einen Vorteil verschaffen, dass die Druck geraten. Oh, Achtung. Weg, 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 weg. Turning. Hier liegt auch ein Tochter. Der ist schon links am Zaun. Scheiße. Damit habe ich die jetzt noch nicht gerechnet auf die... Wo ist er? Ach, geradeaus vom Zaun. Cut. Schön. Hilfe! Hilfe! Ich sehe nichts! Ich kann auch mit einem leeren Pornheim dahin gehen. Hallo! Versucht, dich wiederzubeleben. Da sind wir auf jeden Fall zu dritt. Okay. Ich habe jetzt... Ich weiß jetzt nicht mal, wo er ist. Ich gehe auf dem Dach. Und versuche, da was zu... Hä? Sie kühlt da. Sie kühlt da. Was hat denn den jetzt umgekriegt? Kann mal einer gucken? Kann mal einer gucken? Ja. Ja, da ist einer. Ich habe zu 75 Leben. Also 50 Leben. Ich habe auch nicht mehr. Oder... Der ist hier hinter, irgendwie. Angeschossen. Hinterm Zug. Ach, scheiße. Gift. Achtung. Der ist hinterm Zug. Der ist hier hinter. Muss mich heilen. Druck machen. Ja. Nichts getroffen. Jetzt kommen wir hier. Wir müssen zu dritt bleiben. Okay, ich habe auch genommen den Clou. Oh, gucke. Der ist da hinter. Ja. Südosten. Da rennt man doch... Zum Bahnhof. Komm, komm mal her. Micha. Watze. Könntest du den oder... Weiter weg? Nenn mich nicht über Micha. Das ist ein anderer. Achso. Ist der weiter weg? Ja, da ist ein Bahnhof zurückgerannt. Ja, der ist da hinten. So, was... Wo soll ich denn abkommen? Was machen wir jetzt? Looten wir oder pushen wir den? Ach, wir... Wir looten, hm? Looten wir erst mal. So, was? Dauert noch jetzt ab. Naja, da ist schon so alle Berge. All das. Ja, der kommt da nicht wieder hin. Der ist ja umsonst gekommen. Stimmt. Wir haben ja noch einen Boss und sowas. Ja, dann lass uns da hin. Genau. Ich hab eh nur 50 Leben. Ich höre einen Clou. Oh, so ein Clou. Hör uns? Ja, nimm ihn. Hör uns den. Der ist oben. Ich glaube, da ist einer. Da ist noch einer. Tot. So. Ja, dann müssen wir langsam hier abtrennen, ne? Ich hab ne Fackel. Ja, ich berf ihn ab. So, dann lass uns rüber. Ja, dann brenne ich den hier hinten in der Ecke noch ab. Den haben wir vergessen. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Hm. Ja. Hast du nur noch einen Lebensball? Ja? Ja. Also einmal kann ich noch abkratzen. Ne, ist doch egal. Wir können dich doch holen denn. Stimmt. Ja, trotzdem. Ich hab nur den Clou jetzt, äh, im Bounty jetzt. Oh, schießt wobei. Das ist aber der Einzige, der wiederbeleben kann. Hier liegen noch ein paar. Der Boss ist beim Moped TV. Okay. Die wirken abrennen. Faustgum. Der wird da hinlaufen. Der wird da bestimmt hingegangen sein, der Kollege. Der bringt mich hier um, der Idiot. Komm her. Ich darf ja nicht getrennt von euch sein. Nichts sieht man ja auch. Nee, der Unkeler von euch hat doch den Bounty nicht mehr. Wer ist denn das? Ja, ich hab noch. Äh, Matthias, du? Ich hab noch drei. Okay, dann seid ihr das. Ja, gut. Dann lauf ich mal vor, ob da was ist. Aber ihr müsst mitkommen, ne? Ich darf nicht zu weit alleine sein. Okay. Oh, ich hab zwei, ähm, also den, ähm, Typen kann ich dann machen, ne? Ich hab ja so ne... Ah, okay. Drei Haftbomben habe ich. Damit sollte der Idiot sein. Habt ihr geschossen, ne? Ja, okay, der schießt Richtung Osten, ne? Also der ist im Osten noch. Ja, lass uns schießen. Also sollten uns nicht zu sicher sein, ne? Der kann uns noch... Hier sind welche. Also einer zumindest. Soll ich mal gucken? Also mir ist... Und da hochgehen, ne? Da sind meistens dicke Dynamitbomben drin. Jetzt bitte alle kommen. Nicht wieder da hochlaufen. Ja, warte mal bitte, Pascal. Ich hab nichts gesehen. Ich gucke gleich noch mal. Kaffee und Sekunden. Hier hat eine Frau geschlagen, meine ich. Oder bist du das hinter mir? Ich bin hinter dir. Ihr könnt denn draußen bleiben, ne? Ich geh dann rein. Ja, dann mach schnell. Ja, ja. Mach schnell. Ja, ich hab 50 Leben halt, ne? Ja, dann warte doch mal. Ja, mach's ja erst mal. Oh, mein Stress. Bringt die ganze Meude in Aufruhr. Vernünftig so. Ich gucke aber noch mal. Also ich kann mich sonst hier sehen. So, Hupbombe sitzt. Die erste. So, jetzt kommt die zweite. So, die zweite sitzt hoch. Lässt dich hin. Wow. Oh, fünf Kugeln. Ach, not say. Ich kenn das. Ich kenn das. Manchmal will ich nicht einfach den Kopf gehen. Und... Wiederbeleben. Sag mal, was passiert denn jetzt hier? Wir müssen noch Leben wiederkriegen. Nein, warte, ich muss erst mal hier Feuer löschen. Ah. Eieieiei. Naja, nee, mach's gut, Karsten. Ich bin sehr, sehr stolz und sehr zufrieden mit Karstens Arbeit. Kann man echt nicht meckern. Ich finde, du hast dich gut verbessert, Karsten. Ach, Quatsch. Doch. Ich bin gefärbt. Nein. Hat einer noch ein Dynamit für den Dicken hier? Nee, glaube ich nicht. Der Mike mit Gift fertig. Nee, hab ich nicht. Ich hab eine Chaosbombe. Oh, wieder volles Leben. Yippie. So, ich gucke mal. Ja, den mach ich dann fertig. Also, nimm zu sehen, erst mal. Oh, ich bin auf Kriegut geschossen. Auf Kriegut geschossen? Ja, ja. Also, das war nicht meine Chaosbombe, oder? Aus 45. 45, 45? Ja. Ja, wir gucken gleich. Aber ich hab mal geguckt, ich hab mich gesehen. Ja, es war weiter weg. Jemand hört sich. Circa, ne? Naja, er guckt die ganze Zeit. Er hat doch das scheiß Tor auf, Jumme. Oh, ich hab mich heute geschossen. Du hast... Oh, ja. Wollen wir den pushen, den Hund? Ja, müssen wir. Auf welche? Wo denn? Ist nicht zu sehen. Der ist weiter weg. Ah, den müssen wir pushen. Heilt euch erst mal. Hey! Ich stech ihn ab, Alba. Jetzt brauch ich nochmal Heilung. Ja, der ist Richtung Ausgang, ne? Oder der ein oder das Team. Ich denke, das wird der eine sein, wo ihr meintet, der haut ab. Ja, da willst du wissen. Komm mal. Komm mal. Okay, guck mal, wo der ist. Ach mal, das gibt's doch gar nicht. Ach mal, das gibt's doch gar nicht. Ich muss doch Heilung hier gelassen haben. Munition? Ne. Das ist so weit weg. Das ist schon sehen, das ist schon sehen. Ja, der ist ja weit weg. Der war schon am Ausgang oder so. Das ist keine Ahnung. Ja. Nicht zu sehen. Da gibt's doch den ganzen Compound nichts. Was sag mal, ob du da oben gefunden hast denn? Eine Blittergranate. Ist da Heilung da oben? Ist da Heilung? Nein. Spezialarmus hier oben. Ja, die baue ich. Wenn du mal Heilung brauchst. Ja, wieso brauchst du Heilung? Kann ich da heilen? Nee, ich hab doch. Aber... Oh, ich wurde angeschossen. Von 315. Müssen wir pushen. Guck mal, wie viele das sind. Zehner. Oh, los, komm, den machen wir jetzt reich. Los, den müssen wir jetzt pushen. Ja, warte, ich bin am heilen. Der Tier ist schließlich getroffen. Oh ja, war vorn. Der will's wissen mit der Heilung, ne? Ja. Kommst du, Pascal? Ja, ich bin hinter... unter euch. Wo war er denn im letzten Stand? Hier vorn. Oh, jetzt rennt er wieder zurück, der Idiot. Er ist schon wieder da hinten. Er muss aber da sein, irgendwie. Ja, der rennt da. Du siehst doch die Raben. Deswegen. Eben, wie schnell ist denn er dahinter gerannt? Er will raus. Der will raus. Der ist zum Ausgang. Äh, jetzt machen wir ihn kalt. Schnell zum Ausgang. Kann noch mal einer gucken? Nee, ich hab keine Sicht mehr. Oh, der hat mich erwischt, die Sau. Wo denn? Wo? Beim Ausgang. Der hat Scharfschützen, die wehr. In der Hütte hier wahrscheinlich, ne? Warte mal, jetzt gehen wir da alle alleine hin und wir verlieren alle. Aber echt mal, das wäre ja wirklich... Hast du was zum Werfen? Nee. Da ist er, rechts in der Hütte. Danke. Der ist doof. Ah, sehr schön. Er hat ne Moseln-Sniper, wenn er nach will. Komm, loote ihn. Mooseln-Sniper. Nee. Er ist immer Micha, ne? Matze. Das ist immer das Matze. Der Matze. Siehst du, wie er lacht? Ich hab sein verschmitztes Lachen gehört. Das hat er jetzt mit Absicht gemacht. Natürlich sagt er, er macht das immer mit Absicht. Das ist halt krass. Dann nenn ich ihn ab jetzt Stefanie. Na, lass mich ruhig an. Ja, guck mal nachher nochmal hin. Wir müssen erstmal hier zum Boss, das Bounty abholen. Aber das war nicht der Typ. Brenn ihn mal ab, wenn du kannst. Das war nicht der, den wir hatten am Anfang. Okay, der hat auch gegen einen anderen gespielt, oder? Oder war der das? Nee, ich denke, da wird das gewesen sein. Nö, lass ihn liegen. Der war allein. Der ging der Satz brenn ab, der andere wieder nicht. Nee, warum? Der war allein. Nein, ich will den lassen vielleicht noch. Achso. Der muss ich ihn löschen, warte. Beim Event hätte ich das nicht machen können. Aha. Weil die konnten sich auch selbst wiederbeleben. Das war richtig scheiße. Die konnten sich selbst wiederbeleben? Ja. Ja. Das war so ekelhaft. Du hast gefeitet und der hat sich ins Leben wieder mit um dich weggefächert auf einmal. Also das fordert. So eine Kacke hat mich schon so auf das Leben gelöst. Wie lange ging das Event? 60 Tage, glaube ich. Boah, und noch so lang? Ja. Aber der hat, ich sag mal, das muss man dem Typen lassen. Der hat es versucht und hat mich sogar noch erwischt. Ja. Also Hut ab. Du zieg doch den Hut vor solchen. Fantern. Na ja. Er hat einen Sniper und das ist... Naja, trotzdem. Er hätte auch abhauen können, klang und langlos. Hat er nicht gemacht. Er hat ein junges Leben geopfert. Die Quittung hat er ja jetzt. Ja. Hätte er uns nicht verpisst, hätte er eine Hand er ja auch abgehabt mit ein paar Perks mehr und so. Jetzt wisst der Schmied immer hier oben. Im Haus. Ich hätte noch eine Haftrenate, ist er ein dicker? Nein, das ist ja auch nichts mehr. Pascal hat nur Haftcreme. Coreca Tabs. Nehme ich jetzt die Sniper mit? Die kannst du nicht mehr mitnehmen, weil... Krass, liebe Nomad. Ach so. Du kannst noch eine schöne, eine gute... Ach, wie heißt denn die Knarre? Nicht Mosen, sondern die andere, eine Belle. Eine gute Lebelle. Ähm, wer hat das... Was, wie geht das? Ach, der eine sozusagen. Nööööö. Das ist alles Bier. Sobreite ich meine Sparks. Auch nicht nach. Lebelle nimmst du... Die schlägst du aus. wenn dann spiele ich dann spiele ich eine mosin lieber erwarte nein 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 alles okay alles nein ich behalte ich habe keine ahnung ist gut so wie getauscht warte mal ich hab die genommen was die die libellen genommen ist doch gut schießt sich an schließlich an vorbei 1300 22 und